ARD Text im Auftrag von Funk Moin Leute, ich bin's wieder, Rising Sunday. Heute spielen wir mit Akito Games TV. Wo der gerade ist, weiß ich nicht. Wer ist gerade? WTF, warum hab ich Fallschaden gekriegt, Digga? Weil du keine goldene Feder hast. Ja, aber ich hab ihn durch den ML-Dex gesagt, dürfte ich ja noch mal keinen Fallschaden kriegen. Ja, weiß ich nicht. Manchmal klappt das aber nicht, ja. Äh, warte hier in Chocobo. Ah, du fliegst zu hoch? Ich bin zu hochgeflogen und wieder ranlagt, dass ich bin. What the fuck? So, äh, ähm, ich geh mal rausziehen. So, bei uns ist jetzt einer am Lager, aber egal. Ich hab keinen Bock, gerade um zu ändern. Wo sind die Teile, um die Rüstung zu verdoppeln? Ähm, ja, ich such gerade Leder. Einen Leder? Einen Leder? Jetzt hast du was sagen können. Ja, ich brauch Leder. Komm gerade unten zur Höhle, ich geb dir gerade noch eine goldene Feder, damit du nicht stirbst. Ich bin bei deinem Haus, ne? Ja, ein Bett. Gehen wir gerade schlafen? Mit? Mach Rüstung? Eine Rüstung abziehen? Okay, du gehst, ich hab noch ne Rüstung abziehen. Eine Rüstung abziehen, das ist in meinem Methan, ne? Oder warte, ich geb dir gerade mal was anderes, da musst du nicht da drüber laufen, direkt in meinem Haus, hier. Ich hab 44 Leder. Ich bin Spiegel. Thomas, ich hab 44 Leder mit mir, ne? Okay. Cool. Ja. Herr Malter. Herr Malter. Herr Malter. Herr Malter. Herr Malter. Herr Malter. Gib mal her. Gib den her. Ja, jetzt leckt das, weil wir zu dritt sind. So, hier, wie viel Leder brauchst du? Ähm, ich brauch Fiefarmor, brauch ich. Ja. Ich mach gerade was, ja. Wir vollen gleich verdoppeln, dann kannst du die Rüstung haben, die ich gerade anhabe. Ähm, was braucht man noch? Die Tasche. Die Tasche macht man. Das hast du deine Lebensteile genommen, damit du extra Leben hast. Ich? Noch nicht. Wir haben noch nicht für die Gäste vorbereitet. Ähm, wie heißt die Tasche? Kiep, oder was? Äh, ich guck gerade mal. Knappsack. Genau, so heißt die. Knappsack. Knappsack. Ey, der Junge. Warte, wir müssen zuerst mal Iron Sticks machen. Zuerst müsst ihr mir ne Thief geben, weil ich liebe ich diese Amor. Das ist echt so geil. Warte, ich gebe dir auch noch mal was anderes, damit du bei unserem alten Haus kommst. Wo? Ein Spiegel. Arena brauche ich selber, weil wir gleich noch zur Arena müssen. Ja, okay. Aber jetzt macht's mir erstmal schnell ne Thief. Ne Thief. Ne Thief. Ja, das dauert noch ein bisschen, weil wir gerade was mit Eisen, ähm, Eisen machen müssen. Hast du Essen? Ich? Nicht du. Ja, hier, hier in der Küste. Ich rede nicht mit dir, Thomas. Ich rede mit Alinator. Ja, der hat Essen. Super. Wettpack. Auf die ganze Zeit den Stamm auszunutzen. Wir haben nicht mehr viele. Nein. Nutzer versteckt. Ich hab hier ein Ding, ich hab hier ein Sack Bausachen, heißt der, ich werf dir den gerade mal hin. Ist da was drin? Ist da was drin? Ja, das ist meine, da sind die Bausachen drin, die man manchmal benutzen kann, die wir manchmal brauchen. Frisch mal in eine Kiste von dir. Oh, mach, mach, mach. Oh, mach, mach. Oh, mach, mach. Oh, mach, mach. Reisen. In eine Kiste. In eine Kiste zu essen. Ja, ich hab ein Brot von dem sweeten Lp. dem sweeten Boy gekriegt. Das sind unsere Rüstungen, also das ist, äh, vom sweeten Rüstungen. Ich glaub, tribal, ähm, tribal ist die beste Nacht, scale on thief. Deswegen behalte ich die einfach. Ich verdoppelte meine Rüstungen, da hast du schon, äh, äh, Protection 5, äh, 4, äh, und Breaking 3 und so, da hat er eins drauf. Okay. Auch noch Aluminium. Kann ich das hier nicht am Ofen anfetigen? Weiß, äh, wir haben kein Aluminium mehr. Doch, ich hab glaub ich noch was. Guck mal, sweeten Lp, was Risings haben wir in deinem Haus. Deine Bude brennt. Verarschen. Deine Bude brennt ab. Ja, hier brennt schon alles. Alter, hier brennt schon alles, Digga. Komm schnell. Weile. Weile. Weile, da kann nix brennen, leider. Scheiße. Leider. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Wenn ich dich schlage, bist du nach zwei Schlägen tot, also hör auf. Ich kann dich auch, ich hab bessere PvP-Skills. Ah ja. Wir haben ja gar nicht. Chris, wir haben die zwei besten Schwerter. Wir haben einen. Wir haben einen. Knobback, zwei Looting, drei Firestack, zwei Focus, zwei Soul Tab. Ich hab meine weggenommen, deswegen konnte ich so viel verzaubern, Alter. Alter, bin ich dumm? Ich seh' nicht. Gib mal dein extra Leben raus, Alter. Ich hab dir die extra Leben hier hingelegt und du hast die Betten noch nicht rausgenommen. Ja. Hast du auch nicht. Hast du auch nicht. Hier sind die extra Leben drin, Alter. Ich bringe die dir gerade mal zehn extra Leben hast du dann. Du hast die letztens fertig bekommen. Der erste Start ist kaputt. Bist du, Chris? Selber schuld. Bei deinem Haus. Ich hab nach fünf Aluminium, ne? Geil. Geil. Gib her. Du bist... Mal eine Tasche... Bei meinem Haus? Ja, in deinem Haus drinnen sogar. Stell dir vor. Ich komm raus aus deinem Haus. Ich mag dein Haus nicht. Nein, nein. Du hast... Ich bin gerade hier. Ja? Ja. Deine zehn extra Leben. Jo. Thanks. So. Ich hab da einen schwarzen Knochen. Welche Knochen hast du? Ein schwarzes. Ups, ich kämpfe gerade gegen Zombie-Pigmen in der Hölle. Hätt sich im Ernst in die Hölle gegangen. Doch, ich kämpfe sogar gegen Zombie-Pigmen. Viel Spaß. Ja. Hau mal da ab, Alter. What the fuck? Der ist ein Garter. Der hat euer Portal zerstört. Ich komm nicht mehr raus. Echt jetzt? Das geht gar nicht. Wir sind ganz oben. Da kann der gar nicht hin. Ja, du bist runter die Treppe runter und er hat die ganze Treppe zerstört. Hast du überhaupt irgendwelche Werkzeuge? Ja, klaro. Mein Pvp-Skill. Magst du Cloud Boots? Ich? Ja. Ja. Ehm, ne. Bringboots. So, Thomas, komm, jetzt verdoppeln wir erstmal. Hab doch schon durch das Ding Cloud Boots durch die Tribes. Ja, hast recht. So, komm, jetzt verdoppeln wir erstmal in der Runde. Ja, ich muss gerade kurz warten. Alles ab. Ja. Das Riedner P ist einfach viel zu langsam. What the fuck? Ist der Ding ab? Das ist der Mond. Das ist hier die Teil. Ich weiß. Ja, an unserer, bei unserem Ofen. Boah, ich komm mal zu dir grad, ne? Ist der Gas? Akito, ich komm grad mal zu dir, ne? Jo, aber du kommst hier noch gar nicht mal runter, weil er die ganze Treppe zerstört. Ich kann springen. Aber ich hab den Gas zerfickt, glaube ich. Ja, ich hab ihn getötet. Nein, ich hab den Gas zerfickt. Wer wohnt denn der Ananas ganz viel mit mir? Span, 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 Kopf. Span, Span, Kopf. Span, Span, Kopf. Span, Span, Kopf. Oh, er leckt das bei mir hier in der Hälfte. Bei mir nicht. Wie viel RAM hat denn der, ähm, Server? Ah, deswegen kann das vielleicht sein. Ja. Aber das geht eigentlich, das reicht für uns. Weiter mal. Jetzt ein zweites Klart. Zweit lang ist es auch. Ja, ist auch jetzt auch. Ich schieße eine Bogen ab. Span, Span, Kopf. Komm, lass mal die Dinger, lass mal die Viecher da ficken. Boah, hast du gesehen, Alter. Voll das geht's. Bei mir gibt's überhaupt gar nicht. Was hast du denn gemacht? Bei mir lecktes Todes, was ist da drin? Ein Slime. Ich schieße dich ab, Span, Span, Kopf. Oh, das sind zwei riesige Spinnen, Alter. Hö, die Spinne kommt, die Spinne kommt, die Spinne kommt, what the fuck? Wenn die Spinne kaputt geht, ne, werden die kleineren, ne? Ja, ich weiß. Ist mir schon klar, ich kann Hexen spielen. Ich auch. Hab die Eimer oder bist du dabei? Vielleicht. Ich hab nen Popel in der Trance. Ich hab keine Eimer. Oh, brennen, 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 brennen. Ich kann auch brennen, guck. Ich fress Rottenfleisch. Ich kann brennen ohne... Aua, mein Popel. Der Sack juckt. Ah, jetzt weg. Jetzt hab ich Leckse grad. Alter nicht. Ich komm gerade um an Eta. Wo bist du hingeflogen? Achso. Paar Lava holen, Alter. Lava Eimer holen. Ja. Brauchen wir die oder was? Ja. Meine Maschine brauche ich die. Offen. Halt die Treppe so gefickt. Die ist wieder ganz. Irgendwas hier an der Gast. Gott, den Park. Ich seh nix mehr. Wo bin ich? Pff. Geschissen. Wer ist jetzt? Hm? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich pack in der Wand. Guck mal. Ich pack im Boden. LOL. LOL. Weinen doch. Nein, nachts extra. Ey, ey. Ich brenne wegen... Wo hast du meinen Lecturebau geklaut? Ey, Chris. Wo ist die Treppe? Ah, da ist die Treppe nach oben. Das Scheißspinn hat meine Jepo. Ich verrecke. Ich verrecke. Bei mir leckst du's Todes. Bist du gerade in Lava oder was? Ja. Oh, Junge. Du hast einer der besten Rüstungen. Wir haben davon nur noch eine. Hier. Ja, ja, klar. Ich verreck doch nicht. Außerdem ist der Soul-Tether drauf, Mann. Außerdem ist der Fire-Ehm-Ding. Ah, ne, doch nicht. Hast du vielleicht meinen Lecturebau geklaut? Hier. Nicht Spaß. Nicht, weil... Oh, Mann. Ich hab den gerade auf den Sinn fallen gelassen, weil ich hinten so einen Typ auch geschossen habe, der... Wollen wir mich verarschen? Ich bin wieder unten in so einer fucking Höhle, Alter. Ich auch, keine Ahnung. Wir müssen das Teil abbauen. SpongeBob. Ich kämpfe gegen eine ganze Armee von Zombie-Pigments, Alter. So, abgebaut. Irgendwo hier bist, durchsehe ich aber nicht. Autsch. Da muss ich gleich einen Legerbau von euch multiplizieren, ne? Ey, der hat doch deinen oder nicht? Nein. Meiner hat irgendwie verschwunden. Ich hab ein ganz anderes Problem. Ich finde das Portal nicht mehr. Nicht schon. Ah, da hinten ist es. Lass mal hier rausgehen. Einfach joch. Ich such grad mal ganz kurz meinen Scheiß-Teil. Kann doch nicht sein, dass er... Yeah. Ich bin doch grad fast gestorben. Na gut, nicht gestorben, aber... Ähm... Da-dum, da-dum. What the fuck? Ich will ja gar nichts rein. Wenn du bei der Höhle bist... Ich kann nichts mehr machen, Alter. Nicht schon. Bei mir geht's auch noch. Äh, bei mir leckt's des Todes nicht. Da liegt's wegen dir. Ja. Ja. Dann hast du falsche Einstellungen am PC. War bei mir auch am Anfang so, doch. Ich kann aber jetzt, ähm, Hexe spielen. Also... Singleplayer... Oha, Lex. Das ist Todes, Alter. Aber immer da ist kein bisschen. Das ist es ja. Ich glaub einfach, dass der Server zu wenig RAM hat. Zu dritt. Geht. Schau das. Schau das. What the fucking hell. Wow, mein Programm... Programm kann nicht mehr antworten. Ich muss raus... Müsste raus... Bin rausgeflogen. Jo, ich seh's gut. No problem. Volls läuft alles bei dir leckt. Ist ja geil hier. Sooo, wo bist du denn mein Bogen? User was moved to your channel. Hä? Großalter. Großalter. Ist vollkommen weg. Hey. Hey. Das ist ein Internet. Das ist ein Internet. Hat dein Maul. Ich hab ne 100K-Leidung, Alter. Mann, das ist... Ist so. Du Penis. Oh. Äh. Du bist kein Penis. Tut mir sehr leid. Hat der ein. Hey. Das vermischt sich irgendwie gar nicht. Fuck. Bist du es um so einen Teil zu machen, oder was? War einfach nur ein falscher Steak. Also ich glaub, das wird eure behinderte Folge, die jeweils hattet, weil ich müsste auch noch kacken, Alter. Ich bin gleich wieder da. Das musst du aber auch mit sagen. Haha. Viel Spaß dabei. Ah ja, jetzt eigentlich mache ich, Alter. Oh man, Alter, wie ich kacken muss, Alter. Das gibt's gar nicht. Dann geh doch kacken. Ich geh gleich. Hallo. Hi. 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 Jetzt kommen wir alle rein. In der Aufnahme. Wait. Ach, sie verlassen uns. Zum Glück, ne? Ja. Wir haben uns voll bei der Aufnahme gestört, Alter. Ah, jetzt hat er dein gutes Schwert. Äh, nein. Er hat mein Bogen, oder da liegt unten in Lava, weil ich hab so'n scheiß Spinn abgeschossen, die dein Schwert klaut. Alter, warum dauert es mir zu lang mit Obsidian abbauen? Nein. Kein, wenn du dein, äh, 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 dein Teil so scheiße zaubert hast, dann dauert's lang. Ja, Mann. Dann geht's übelst schnell. Ich hab auch die. Alter, ich hab da am Breaking Fortune FN 5. Hab ich nen scheiß, Alter. Ich will diesen Schatz Portal abbauen, damit das, äh, funzt wieder. Ich hab das Portal abgebaut. Ja, unten? Ja, unten hab ich nen Portal abgebaut. Ist er da? Dann lass mal wieder andere Portale, Alter. Du meinst unten, hier im Neta? Nein. Im Neta hab ich nämlich eins gesehen. Nein, ich meine da unten. Vielleicht ist ja dadurch so buggy. Keine Ahnung, kann sein. Wo bist du? Ich hab gerade die Nuggets am Machen, warte. Das ist jetzt schon, ja, gleich bis ich schon aufhörte mit der Folge. Nichts heute geschafft. Aber egal. Wenigstens ist ne geile Folge. Ja. Super. Hier ist aber auch noch den Ranzen schaffen. Ich hab falsch Sachen gemacht. Echt jetzt? Ja. 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 so. Ja. Nice, ich will er hier gibt. zu einer stadt warum sind hier so viele creeper das war knapp aber hier sind übelst viele creeper grad bei mir da da Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir haben wir glaube gar nicht. Guck doch, wie man die craftet. Ja, ich weiß ja, wie man die craftet, nur dieses eine Teil. Aha. Warum bist du hochgeflogen? Ja. Ja. Oh ne, der hat auch noch so viele Flugstäbe von uns. Er hat sechs oder so Flugstäbe. Achso. Oha. Warum gibst du denn noch so viele? Ich bin selber schuld. Was hat? Ich hab gesagt, darin gibt's eben noch so viele. Sechs Stück. Einen zweiten nehmen eigentlich gereicht. Ich hab ja auch nicht mehr. Hä? Geht da irgendwie gerade irgendwie nix draus, das ist das Problem. Ich hab das auf alle Arten nicht. Ich hab das auf alle Arten nicht. Rüstung? Ja, die geben ja Leder. Ja, so rotes Leder. Ja. Dann hab ich schon die Rüstung. Ich nicht. Geht hässlich aus. Geht hässlich aus. Geht hässlich aus. Geht hässlich aus. Oh ne, der hat auch noch meine Spiegel. Hat zur Arena den Spiegel? Hat er nicht? Das darf ich selber nicht. Ich hab nen Arena Spiegel. Mach aber da jetzt gleich ein Portal hinsetzen. Bei der Arena schnell noch. Am Ende. Ja. Aber wie kauft man die Teile denn noch? Ich muss grad mal ganz kurz was gucken. Viel zu lang den Hex hat man gespielt. Haben ja in der Woche Pause gemacht. Jo, die sind leicht. Was ist leicht? Die zu bauen. Welche? Die Teile, damit man seine Rüstung einstellen kann. Ähm, Hose und das fehlt nur noch. Man kann ja sogar Rücksäcke anziehen. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Ähm. Ne, hier ist nichts. Ich muss in meine Tasche gucken, ob hier was Steine drin sind. Hier nicht. Hier nicht. Achso, denn ich hab richtig gedacht. Scheiße, was stimmt der denn? Ähm. So, ich glaub jetzt zwei Stück machen. Mehr brauch ich auch im Moment nicht. Ja, doppeln können wir wohl nicht, Chris. Fürs Erste noch nicht, ne? Weiß noch nicht wie. Nicht schlimm. Ähm. Wollen das im Moment gar nicht. Doch, ich brauch jetzt wieder mal einen Bogen. Naja, stimmt der denn. Der ist eben auf diesen... Er. Er? Sieht geil aus. Ich hab keine Ender, wir haben... Moin. Fin? Momente... Alex? Er redet mich grad nicht. ich hab noch ein crystal bow hier aber der ist scheiß verzaubert ich guck gerade an was man dafür braucht man es zu craften dafür braucht man dann nur eine truhe ein emerald ist ein kristall und obsidian also das geht doch eigentlich klar thomas achten wir es ist falsch im fail das ist eine grüne schwarze teil zu bauen oder die tasche moment knapp knapp also knp kein das einfach mal dann findest du direkt ach da und das ist jetzt schwer zu bauen also diese sticks zu finden das ist schwer ich brauche mal keine sticks warte mal kurz ich hab meinen spiegel geschrottet alter was denn ich hab meinen spiegel gerade geschrottet echt jetzt ich hab vergessen dass meine decke aus ja schlecht gerade finden wo ist denn die arena wo ist denn die arena die arena die arena nett alter wo haben wir die arena geplant ich weiß wo ja ich auch ja ich auch lass den zombie weil wir im haus dran haben so ein paar schritte muss man da gehen ein flugstab reicht doch oder mhm kann schwer werden ach ja du hast das ganze leder jetzt oder ja scheiße ich brauche jetzt leder ich wollte mit dieses dann nimm dir die sind in einem pack von mir äh in einer kiste von mir ich hab grad mal am anfang oder ob hier noch irgendwas ist das hat man gehört jetzt auch nicht in meinem Kopf ist halt schon steht einfach grad noch ein paar Tiere jo mach mal um Blut zu sammeln nein um Fell zu bekommen und um Blut zu sammeln und um Dings zu bekommen Leder ja bist du gerade bei unserer alten oder bei unseren neuen Basis ja da geh doch zu mir oben im Haus da hab ich doch Leder 44 von dir ich hab jetzt schon genug so was brauch ich nochmal dafür ähm ich kann den Rucksack jetzt bauen ne du hast mich diese ähm Eisensticks ich brauch gar keinen Eisenstick um die Tasche zu bauen äh doch äh doch hatte ich ne ganz andere hier ich hab das nicht mal im Tutorial angeguckt wie man das baut man also welche Tasche ich mal dazu brauche ich mach mal die Tür ein bisschen weiter weg ich mach mal die Tür ein bisschen weiter weg damit wir hier wenn wir den Bauern netter gehen kommen gegen die Tür ja hast du Gold Nuggets Gold Nuggets Gold Nuggets ja ähm nein denn ich brauch die dafür jo hüftes bestanden haben wir das ist wirklich keine Gold Nuggets war du bei mir in der Basis weh ich nämlich nicht ich bin nicht bei dir in der Basis ich bin unten bei meinem Haus und unter den Thron ähm jep ich kann das aber schnell ändern wie viel brauchst du ein einziges ich brauch ähm noch zwei Gold Nuggets Nuggets oder Gold äh Ingets ein Inget brauch ich aber egal ich hab schon alles ich hab schon alles brauchst nix machen warte zu deinem Haus jo dann laufen wir zu meinem Haus hin bei deinem Haus ähm ein Leder brauch ich noch ein einziges Leder ey das hast du doch von mir ich hab dir kein Leder gerade hier oh Mensch hört einfach grad ein Tier warte nein ich geh gerade bei mir kurz hin wie viel Leder brauchst du ich hab eins zu wenig immer wieder ichnu da dann welche ich lass da einfach mal Leder zu mir hin 保's weiß wo wir das ist auch schon ein paar rüstungen gesammelt das lebt bei mir gerade übel ist irgendwie ich glaube ich bin auch kein spiegel mehr ich kann mein spiegel kaputt machen das ist etwas weiter weg hier oder ist eh alles kaputt das müssen wir mal begradigen alter ja noch nein auch das muss genau neben dem hier sein ja ich brauche bekommst du oder nicht so war mehr verdoppeln jetzt nicht so gibt es bei die ganzen sachen die ganze rüstung dann hol ich mich aus der tasche raus und ziehe den bogen user left your channel alter eine rüstung war schon ein bisschen schrott ich weiß so bogen hier nein lasst es lassen gegen dass er gegen thomas lasst er liegen ich hab die kapsel in die tasche getan ja ich hab die in der hand ja aber ach so willst du hier lassen ja ja die sachen verdoppelt wenn du jetzt sonst geben sie auch die sachen meinen technik glaube ich krieg ihn nicht mehr auf ach so das war klar creeper 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 ach so naja egal wie jetzt wie so aufstuck hat noch die rüstung hier drauf hängen dann hören wir auf ja ich habe jetzt wieder zu voll sind bis zum nächsten mal tschau tschau